Hallo Freunde der bunten Kleinbausteine, herzlich willkommen aus dem wunderbaren Süden in meinem kleinen Wohnsimmel. Bei schönen winterlichen Temperaturen, knapp über 0 Grad. Wobei wir noch Glück haben, wir haben es noch relativ warm. Nichtsdestotrotz, ich habe euch was Schönes mitgebracht. Den Schwerlast gab ich darbracht mit Artikeln Nr. 42079. Aus dem Jahr 2018 hat 592 Teile. Aber das soll jetzt hier heute kein Review werden. Und zwar folgendermaßen, ich baue das Ding jetzt ab, Teil für Teil aus meinem Tellerchen. Und dann machen wir daraus ein neues Feedback. Deswegen würde ich sagen, wünsche euch allen einen wunderschönen Nachmittag. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, in diesem Sinne. Ein fröhliches Glück. Bis gleich. Ciao, ciao. 2 3 3 4 5 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020